So, jetzt dürfen wir nur die markierten Griffe, das sind diese, mit der weißen Kreide, nein, gar nicht mal da hinten, die dürfen wir greifen. Bis da oben, das ist der Zielbold da. Und los geht's. Haben wir noch nie gemacht. Am Start. Ja, Nickemann. Jawoll. Wuhu. Warst du aber noch nicht oben? Was? Du warst aber noch nicht oben. Nein, ich war noch nicht. Achso, du musst ja hoch. Ich hatte zu wenig Kreide, glaube ich. Ja, der ist schon ein bisschen schmierig, der Griff, ne? Von unseren Fettfingern. Wir hatten kein Brathähnchen voressen sollen. Ja, komm, steh ihn, ganz sauber. Und jetzt schön das Gewicht auf den rechten Fuß. Und da ist er. Boom. Boom, shakalaka, boom, shakalaka. Höchste Schwierigkeit. Ja, mindestens. 7b, irgendwas. Ich übernehme. Ich gehe mal einmal chocken, glaube ich. Hier. Am Popo. Ich gehe mal einmal mit Arsch. Das sieht klasse aus. Jawohl, da ist er. Gutes Ding. Und die Rolle zum Schluss. Boi. Boi, ich habe einen Knopf. Ja, ich habe einen Knopf. Vielen Dank.